Also Kinder- und Jugendbeteiligung funktioniert, wenn die Jugendlichen auf einen zukommen, man Projekte verwirklichen kann und Jugendliche auf einen zukommen und selber Projekte übernehmen wollen, Projekte funktionieren und das, was man aufbaut, das, was man erstellt, auch wirklich schön erhalten wird und man merkt, es ist ein schönes Miteinander. Erwachsene nehmen Jugendlicher ernster, Jugendliche nehmen Erwachsene ernster und es ist einfach eine schöne Zusammenarbeit zwischen den beiden.